Ja, servus, hier ist mal wieder Philipp von den Fahrschulhelden. Heute geht es um was ganz anderes und zwar um das Thema Pflichtfahrten. Da werde ich ganz oft gefragt, was zur Hölle ist eine Pflichtfahrt? Wie viele Fahrten muss ich denn fahren? Mein Fahrlehrer sagt was anderes als du. Darum geht es jetzt direkt nach dem Intro. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Ciao. So, leider habe ich gestern Abend die Aufnahme verholzt. Deshalb muss ich sie nochmal machen. Also es geht um das Thema Pflichtfahrten und ich will euch ja direkt im Gesetz beweisen, dass es sowas nicht gibt, beziehungsweise es einfach anders heißt. Da bin ich ein bisschen pingelig, weil es was ganz anderes ist. Wir gehen jetzt mal hier in die Fahrschüler-Ausbildungsordnung rein. Genau, Fahrschüler-Ausbildungsordnung, da oben steht es auch. Also bei der ist ganz wichtig oder in der wird geregelt, so ist es vielleicht schöner gesagt, was genau passieren muss in der Ausbildung. Also Ziel und Inhalt der Ausbildung, Art und Umfang der Ausbildung, Theorieunterricht, praktischer Unterricht, alles steht da drin, was genau sein muss. Also wenn ihr mir immer erzählt, das musste ich nicht machen oder sowas. Also laut Gesetz meistens doch. Ja, gucken wir mal und zwar gucken wir in die Anlage 4, die besonderen Ausbildungsfahrten. Und da merkt ihr schon, deshalb bin ich auch so pingelig damit, es gibt keine Pflichtfahrten, es gibt nur besondere Ausbildungsfahrten. Besondere Ausbildungsfahrten sind einfach nur ein Teil der Ausbildung, der vorgeschrieben ist. Der Gesetzgeber möchte, dass man Schulungen auf Bundes- oder Landstraßen fährt, Schulungen auf Autobahnen oder auf Kraftfahrstraßen und Schulungen bei Dämmerung oder Dunkelheit. Das ist der einzige Teil der Ausbildung, der vom Gesetzgeber genau vorgeschrieben wird und wo genau gesagt wird, wie viel gemacht wird. Beim B-Führerschein zum Beispiel 5 Überlandfahrt, 4 Autobahnfahrten, 3 Nachtfahrten. 12 Stunden, also ganz wichtig. Was ich dazu aber nochmal sagen muss, also klar, hier die sind klar, Bundes- oder Landstraßen, die finde ich ganz oft relativ unnutzend, wenn man nicht gerade in einer Fahrschule ist, die in der Stadt ist, da muss man halt mal rausfahren. Autobahnfahrten sind absolut sinnvoll, finde ich total super. Und hier ist ganz oft ein Streitpunkt, da gibt es auch Leute, die sich immer darüber beschweren, man hätte nie eine Nachtfahrt gemacht. Hier steht bei Dämmerung oder Dunkelheit, das ist ganz wichtig. Dämmerung ist schon kurz vor Sonnenuntergang, da beginnt die Dängerung. Ja, also das ist ganz wichtig zu wissen, es sind keine Nachtfahrten, man muss sich nicht morgens um eins treffen oder sowas. Deshalb, da gibt es immer wieder Leute, die sich beschweren, aber man kann sich halt auch über alles im Leben beschweren. Und deshalb, es heißt nicht Nachtfahrt, es heißt Fahrtenbedämmerung oder Dunkelheit. Und was noch ganz wichtig ist, also hier könnt ihr mal reingucken, hier ist für jede Führerscheinklasse bis auf D, also bis auf Bus, ist das, weil das ist in der Anlage 5. Hier sind die besonderen Ausbildungsfahrten bei Bus, das ist ein bisschen komplizierter, aber auch nicht so schlimm. Ja, jetzt gibt es noch eine Sache, die ich sagen muss, und zwar im Paragraf 5, da muss ich jetzt selber mal gucken. Die Grundausbildung soll beim jeweiligen Ersterwerb der Klasse 1 und B möglichst abgeschlossen sein, bevor mit den besonderen Ausbildungsfahrten begonnen wird. Das ist ganz wichtig. Man darf in der ersten und in der zweiten Fahrstunde keine Überlad- oder Autobahnfahrt machen. Wenn du jetzt sagst, ich bin aber Schwarzfahrer, bei mir geht das. Der Gesetzgeber belohnt keine Leute, die schwarz fahren und sich nicht an Gesetze halten. Und ich auch nicht. Also ich als Fahrlehrer sehe das gar nicht ein, dass du, der sich nie an irgendwelche Regeln gehalten hat, dann noch Vorteile hat gegenüber denen, die sich an die Regeln gehalten haben. Das ist immer so eine Sache. Also ich fahre auch mit Leuten, die vorher schwarz gefahren sind, eine volle Ausbildung. Das ist mir total Wurst. Natürlich muss man dazu sagen, die Übungsstunden sind natürlich auch ein bisschen vom Können abhängig. Das heißt also automatisch, wenn man gut Auto fahren kann, wird das weniger. Da kann ich halt auch nichts gegen machen. Noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar beschweren sich immer ganz viele Fahrschüler darüber, dass Fahrlehrer dann auf einmal so komische Zeiten fahren. Bei den Übungsstunden darf man fahren, was man will. Da darf man 15 Minuten fahren, 20, 25, 35, 75, 95, 100, 5, 115, 125. Versteht ihr? Das darf man bei den Übungsstunden machen, wie man möchte und rechnet dann entsprechend ab. Das kann man per Dreisatz. 45 Minuten kosten 50 Euro. Dann kosten 90 Minuten. Ja, das kann man so per Dreisatz ausrechnen. Und das ist auch in Ordnung so. Ich zum Beispiel fahre die erste Fahrstunde nie länger als 60 Minuten. Ich fahre aber die Überlandfahrten meistens 135 Minuten, weil ich die gerne weghaben will. Genauso wie ich Fahrlehrer kenne, die die Autobahnfahrt am Stück wegfahren. Finde ich ein bisschen hart, machen aber einige. Hängt aber auch ein bisschen vom Fahrschüler ab. Die einzigen, die vorgeschrieben sind, sind die Autobahnfahrten. Quatsch, die Autobahnfahrten, die Sonderfahrten. Die sind vorgeschrieben, da steht genau drin, wie viel gefahren wird. Fünf, vier, drei. Aber wenn man die voll hat, das heißt diese zwölf Stunden gefahren hat und dann noch immer schlecht ist auf der Autobahn, dann darf man noch Übungsstunden auf der Autobahn fahren, wie man will. Man darf auch bei Dämmerung und Dunkelheit so oft fahren, wie man möchte oder wie man es braucht. Ja, es geht nur um einen Mindeststundensatz von zwölf. Ich habe viele Fahrschüler, die mit der Autobahn nicht klarkommen und da komme ich mit zwei Doppelstunden an 90 Minuten nicht hin und dann fahren wir noch mehr. Und dann sind das Übungsstunden und keine Sonderfahrten, nur damit ihr das versteht. Weil das ist so ein Streitpunkt bei Fahrschulen, den ich immer total dämlich finde, weil es meines Erachtens logisch ist. Das war das Wort zum Sonntag. Also wie gesagt, es gibt keine Pflichtfahrten oder sowas. Viele Fahrlehrer wünschen sich das, aber es ist pädagogisch auch nicht besonders sinnvoll, finde ich. Und damit sind wir durch. Und was mich sehr interessiert, ist, wie viele Fahrstunden hast du zusätzlich zu den Sonderfahrten? A, 45 Minuten gebraucht. Schreib es mal unten drunter, weil ich war da auch gar nicht so gut. Also ich glaube, ich habe zwischen 20 und 30 Fahrstunden insgesamt gebraucht mit Sonderfahrten. Das ist jetzt kein Überflieger und nicht besonders scheiße. Also so 20 bis 30 werde ich auch gebraucht haben, weil ich war selber kein Talent. Schreib es mir mal unten drunter. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ich freue mich auch, dass ihr die letzten Male immer so viel interagiert habt. Das war richtig geil. Wie gesagt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.